Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past Randomizer. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren ersten Dungeon erledigt. Yes! Das heißt, jetzt kommen wir endlich weiter, denn ich habe es geschafft. Ich habe den wichtigsten Gegenstand von allen, den Hammer. Weil der war für mich wichtig. Aber was auch noch wichtig ist, ist der Feuerstab, der Spiegel. Und Zauberpulver erst mal. Mann, 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 das war ein Krampf, ey. Dreimal bin ich am... Also ich weiß gar nicht, erst beim dritten Mal habe ich es geschafft, diesen verdammten Mistkäfer zu besiegen, ey. Und jetzt geht es weiter. Ja. Und wir sind in der Schattenwelt. Ohne natürlich. Jetzt kann ich hier erst mal gucken, was mich hier so alles erwartet. Oh. Okay. Welcher dann schon erwartet mich hier? Oh. Okay. Das ist schon mal der mit dem Dieb. Hm. Okay. Ich weiß, wo Turtle Rock ist. Ich weiß... Aber was ich jetzt erst mal wissen wollte, ist... Was erwartet mich hier? Erwartet mich hier auch ein Dungeon? Oder was erwartet mich hier? Oh, ein Thronenspiel. Jo. Da mache ich gerne mit. Gut luck, Sam. Ah. Okay. Ich darf... Hä? Okay. Gut luck. Oh. Das ist schon mal ein guter Gewinn. Okay. Nochmal 9 machen. Also 100 habe ich schon mal drin. Das ist schon mal ein guter Gewinn. Das macht... Okay. Nee. Das macht... Mäh. Und wieder Plus gemacht. So. Eine Bombe. Und... Ein Pfeil. Ja, hier habe ich Fullest gemacht. Aber irgendwann kriege ich den Hauptpreis. Was es auch ist. Gewinn. Bombe. Verlust. Einmal da hin. So. Warum nehme ich immer diese Scheiße? Oh, egal. Das reicht erst mal. Was befindet sich in dieser Hütte? Der Eingang zu einem Dungeon? Nee. Da hat sich einfach eine Pfeil eingenistet. Okay. Was bekomme ich... von den Typen? Auf den Baumstumpf. Hey. Warte mal. Die Flöte muss ich... ausgerüstet haben. Okay. Das war Müll, was ich bekommen habe. Okay. Hier bräuchte ich wirklich den Spiegel. Nur woher bekommen? Ja, jetzt muss ich das nochmal wissen. Was war hier drin? Feen. Irgendwie scheint es hier mehr Feen zu geben als Dungeons. Okay, was hast du? So. Was kriege ich? Ja! Wie ein Triforz-Ding. So. Das reicht erst mal. So. Ich muss irgendwie gucken, wo ich den Spiegel herbekomme. Und die Handschuhe brauche ich. Ich gucke mal auf die Karte, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin da. Hm. Ich könnte schon mal das Thief-Ding anfangen. Aua. Ja. Ich fange mal das Thief-Ding an. Ey. Toll. Egal. Ich weiß ja jetzt, wo Thief-Ding ist. So. Ich muss halt über die Variante soo. Sooo. Da muss ich auch mal kurz hier runter. Ja. Warte mal. Ich könnte ja auch noch mal gucken, was mich da noch erwartet. Ich muss noch mal alles abgucken, bevor ich weitermache, ey. Okay. Das ist schon mal gut. Ah. Mann, 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 ey. Irgendwann diese Fliegen hier, ey. So. Ah, was bekomme ich denn hier? Ich gehe mal kurz hier runter. Und? Fünf Rubine. Wahnsinn. Warum schickst du mich nicht in die Hölle? So. Alter. Haben sich jetzt hier alle Hassgegner auf einmal versammelt? Oh, da ist noch eine Truhe. Da muss ich hin. Und da komme ich auch hin. Weil ich weiß, wo noch eine ist. Wow, 300. 300. Ha, ha. Gut. Wir kommen auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Ich bin ein Junge. Wisst ihr, ich bin ein Junge. Oh, ich wollte schon sagen, was war das denn? So, jetzt muss ich hier runter. Dann muss ich ja wieder hier hoch. Und die... richtig fies wird es sein, wenn wir die Handschuhe brauchen. Okay. Wie, noch mal ein Gegner? Ey, geil. Da brauche ich ja... Ah. Ey, das wird dann der kürzeste Bosskampf aller Zeiten, ey. Ey, geil. Oh, jetzt... Ich glaube, die will nicht sterben. Ey, die hat wohl aus den letzten Fehlern noch nichts gelernt. Hey, das war aber ein kurzer Dungeon. Aber ich werde die anderen Römer auch noch mal richtig schön durchgucken. Weil wir haben ja noch nicht alles entdeckt aus den Dungeon. wir haben das Dungeon-Item noch nicht. Ey, aber dass das so schnell ging, hätte ich nicht gedacht, ey. Ey. Ihr stößt mich nicht nach hinten. Ihr kleinen Schlümpfe. So. Ha. Ich habe den Obermacher schon erledigt, bevor die mich erledigt hatten. Oh, leute, 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 leute. Oh, scheiße. Warte mal. Hä? Ich wollte schon sagen, wir kommen da hin. Aber war der Weg doch so offensichtlich. So, jetzt einmal hier hoch. Warte mal, welchen hatte ich jetzt? Ich hatte ja doch den grünen. Und hier sind sie, meine Hassgegner. Und hier sind sie. so, die werden mir jetzt erst mal keine Probleme bereiten. Oh, ich bin ein Junge, wisst ihr? Ich bin ein Junge. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ey, leute ist am schlimmsten, ey. Schnell hier durch. Gucken. Was haben wir hier? Oh nö, 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 lass mal. Kein Bock auf dich. So. Schnell hoch. Na gut, dass ich den Stab aktiviert hatte. So. 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 Ey, was war das denn? Okay. Okay. Ach ja. Nein, ich bin kein Junge. Ich bin ein Wolf. Ich bin ein Wolf, Link. Haha. Herrlich. Schnell, 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 schnell. Ja, diese Bastarde. Safe und Continuum. Oh Mann. Was hast du jetzt? Aber immer was anderes. Okay, das ist nicht nett. Das war gar nicht nett. Ich will dieses verdammte Dungeon-Item. Egal was es ist, ich will es haben. Ich muss die Karte finden. Ach, ich muss ja die Viecher nochmal plätten. In deine Kammer. So. Ah ja, so macht man das. Seht ihr? Einfach umgehen. Zack! So. Du machst mir keinen Schaden mehr. Haha. Dü-dü-dü-dü-dü. Ich bin der Held und brauche das Geld. Hui. Nein, nein, nein. Ich bin ein Junge. Ich muss hier weg. Hilfe. Ich bin ein Junge. Ha! Erwischt. Schnell hier durch. Okay. Warte mal. Einmal kurz hier durch. Oh, oh. Ich bin ein Junge. Ich bin ein Junge. So. Jetzt. Okay, das ist doch gut. Haha. Ah, jetzt muss ich nochmal runter. So. So, dann kann ich ja jetzt hier schon mal anfangen. So. Haha, diesmal kann mich keiner besiegen. Irgendwann trifft dich der Schlag. Oh. Ah. Den würd ich noch hochnehmen, ey. Aber... So, jetzt hab ich den richtigen... So. Und wieder zurück. Jetzt muss noch irgendwo einen Weg nach unten geben, ey. 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 Ich weiß. Ich hätte abspeichern müssen. Manchmal... Ich denke dran oder... Jetzt in diesem Augenblick hab ich's wieder vergessen. So. So. Oh. Jetzt muss ich erstmal wieder hier... So. Das war's. Das war der Perk. Oh. Oh. lästig geworden. Nein, 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 nein. Schnell hier durch Und das erste was ich machen werde ist Richtig So Warte mal Ich guck mal ob die Schon aktiv war Okay Okay Muss ich dich Muss dich machen So Da sind wir wieder in Hyrule angekommen Heißt auch hier in Hyrule können wir Ich muss erstmal wieder zurück So So Ich hab ja gesagt ich will Alles entdecken in den Dungeon Dass wir in so kurze Zeit schon den Endboss da Also den Dungeonboss klatschen konnten Und dass es derselbe war wie in der letzten Folge Das hätte ich echt nicht gedacht Okay Regel Nummer 1 Nicht nochmal in den Raum reingehen Ah Der hat mir nur Ein Herzchen gegeben So Okay Okay So Weg mit dem Viech. Schnell hoch. Und. Dein. Hier durch. Ja, ich weiß. Das ist jetzt blöd. Er hat mich voll getroffen, ey. Es muss doch irgendwie eine Treppe nach unten geben, ey. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? So. Nein, jetzt muss ich schon wieder mich bis dahin arbeiten. Es muss doch irgendwo eine Treppe nach unten geben. Eventuell. Ah, ich weiß wo. Aber da kam ich gerade nicht hin. Warte mal. Warte mal. Ich hab doch abgespeichert. Ich trottel. So. So. Oh man, wie konnte ich das vergessen, ey. So. 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 Schnell zurück. Schnell zum Dienststab wechseln. Und. Und. Aktivieren. Schnell hier durch. Boah. 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 hier. So. So. wo es weiter geht. Wo es weiter geht. Speicher nicht vergessen, oder? Ah, hier ist nichts, was man gebrauchen kann. Okay, hier war wirklich nichts. Okay, hier komme ich erstmal noch nicht weiter, weil wir jetzt noch nicht weiter sind. wenn mir ein Schlüssel fehlt. Und da ist der besagte Schlüssel auch. Ah, dann wird... Ah. Dann weiß ich, was mich erwartet. Statt des Dungeon Items erwartet mich die Karte. Ja, damit wäre der Dungeon auch abgeschlossen. Zu 100%. Oh ja. So. Ah, doch. Den hatte ich. Warte mal. Ah. Herrlich. Ich guck mich hier noch ein bisschen um. Das hat aber wunderbar geklappt diesmal. Ja. Damit endet sozusagen dieser Dungeon. hier habe ich jetzt zu 100% abgeschlossen. So. Oh, dann haben... Ja. Damit endet auch diese Folge erstmal wieder. Ja. Ich sage... Ich speichere hier mal ab. Wir werden uns aber dann an einer anderen Stelle bei der nächsten Aufnahme wiederfinden. Ich sage... Bis zum nächsten Mal. Euer Korganto bei The Legend of Sailor. A Link to the Past. Randomizer. Na ja. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Kommentiert dieses Video. Und schreibt die Tode auf, die ich erleden habe. Unter jedes Video, was ich poste. Von diesem Randomizer hier. Also. Tschaui. Tschaui. Tschaui.